Oder? Heute am Freitag. Woher soll ich denn das wissen? Ja, ich sagte doch die ganze Zeit. Hör mir doch mal zu. Wie viel Uhr ist das eigentlich? Kurz vor acht. Oh. Schon so spät die Tagesschau, wir können gleich. Ich muss weg. Also, die Tagesschau ist wichtig. Daran sogar unsere Hochzeit verschoben. Wiedersehen. Wiedersehen. Ach, machen Sie sich nicht aus. Wenigstens hat er sie geheiratet. Bei uns in Deutschland ist das so. Büropathie, sie macht uns froh. Bei uns in Deutschland ist das so. 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 Musik 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 Das Media Gewitter Er ist so süß, einfach wunderschön, was soll ich tun? Er ist so süß, einfach wunderschön, was soll ich tun? Er ist so süß, einfach wunderschön, was soll ich tun? Er ist so süß, einfach wunderschön, was soll ich tun? Er ist so süß, einfach wunderschön. Er ist so süß, einfach wunderschön, was soll ich tun? Er ist so süß, einfach wunderschön, was soll ich tun? Er ist so süß. Er ist so süß. Applaus Er ist so süß, einfach wunderschön. Er ist so süß. Er ist so süß, einfach wunderschön. Er ist so süß, einfach wunderschön.